Hi, mein Name ist Vaja Wieser-Weber und ich bin Speakerin mit dem Thema emotionaler Verkauf. Und zeitgleich bin ich auch Gesellschafterin und Geschäftsführerin bei der Hamburger Agentur den Impulspiloten. Viele Menschen fragen mich, was ist eigentlich emotionaler Verkauf und gibt es eigentlich einen Verkauf, der nicht emotional ist? Und nein, gibt es nicht. Verkauf ist immer emotional. Sagen Sie mal, alle sitzen rum. Kann ja auch nicht wahr sein. Ich gehe mal aus der Rolle heraus. Nein, 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 Sie sind nicht im falschen Theater. Emotionen machen was mit mir. Diese zu steuern ist das Erste, was Sie bei mir lernen. Und diese im Anderen wahrzunehmen ist das Zweite. Und damit sind Sie klar im Vorteil. Denn manche Menschen betreten einen Raum und er wird heller. Und bei manchen wird er heller, wenn er rausgeht. Zu welcher Art Mensch wollen Sie gehören? Ja, ich habe richtig Hardcore-Selling gemacht und habe da eines gelernt. Du musst dein Produkt lieben. Das ist eigentlich die halbe Miete. Und deshalb kommen die Leute auch hier an einen ganz ernsthaften Punkt. Wollen Sie verkaufen, was Sie verkaufen? In meinen Vorträgen geht es auch genau darum. Nämlich um Selbstführung und auch um Gesprächsführung. Und das auf Basis des Lesens von Emotionen. So, und was lernt man jetzt, dass nach so einem Video kommen sollte, ein sogenannter Call to Action. Drücken Sie hier, buchen Sie da, machen Sie jenes. Und wissen Sie was? Das geht doch den meisten Leuten total auf den Keks. Wie das anders geht, das lernen Sie in meinen Vorträgen und meinen Seminaren.